Ein Mikro, ja, ein Mikro muss noch rein. Und das Fenster zu? Und das Fenster zu. Es war gerade nur so eine Eingebung. Ein Stichwort. Nein, das heißt doch jetzt anders, Maik. Oh, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht, weißt du es noch? Eigentlich müsste ich was tun, wenn ich hier den Garten angucke. Darum soll es heute gehen. Die Zeit ist längst rum. Entschuldigung. Schauen wir mal, was wird. Das wird.